Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute war ja Weihnachtsfeier vom Tanzen. Das sieht so schick aus. Hier unten ist auch Glitzer. Und ihr habt richtig toll getanzt. Ich hab wirklich ein Glitzerbild. Wie viel der ist heute? Der 22. Richtig, der 22. Das hängt gleich hier unten. Ja, aber das muss ich gar nicht machen. Oh, zieh nicht so dran. Morgen gibt's das und übermorgen das. Genau, Samstag das ganz kleine. Und dann ist Weihnachten. Ja, noch zweimal schlafen. Nein, dreimal. Auf Freitag und auf Samstag. Freitag, Samstag. Wenn der Weihnachtsmann kommt, aber er kommt nur in der Nacht, wenn alle Kinder schlafen. Am meisten ist es schwierig zu kommen, wenn ich nicht schlafe. Auf jeden Fall. Ein Buch. Ein Buch? Dann haben wir ja gleich was zu lesen, bevor es ins Bett geht. Conny. Conny. Sag mal was. Äh, Conny und die Flöhe. Nö, das war nicht. Conny geht zum Zahnarzt. Nö. Conny geht baden. Nö. Conny geht auf die Weihnachtsfeier in der Tanzschule. Nein. Conny streitet sich mit Julia. Das klingt ja dramatisch. Kennst du das schon? Ich kenn das gar nicht. Ich auch nicht. Soll ich dir das gleich vorlesen? Ja, aber... Wir müssen das... Ja, dann kann man die auslösen. Hier sieht ihr das. Und in der Mitte gibt's noch was. Mhm. Und auf jeden Fall werden Conny und die anderen wieder Freunde. Nämlich Conny und alle. Da geh ich mal von aus, bestimmt. Julia. So. Noch die anderen Kalender? Ja. Aber das sind immer tolle. Au, mein Knie. Knie. Zwei, zwei hier. Na, ein Nusseimer wieder. Nö. Irgendwie da eine normale. Ernsthaft? Ich glaub, die haben sich vertan. Ich glaub, es gibt nur noch normale. Das kann sein. Zwei Chancen haben wir ja noch. Ich weiß nicht, wo sie den her hat. Nee, nee, nee. Du darfst noch Pets und den Schmuckkalender. Aber zuerst... Ganz viele fragen immer, wo der Schmuckkalender herkommt. Aber den hat Hannah von Oma bekommen. Ja. Ich weiß nicht, wo sie den her hat. Ich guck gleich mal, ob da hinten was draufsteht. Ja. Eine Firma oder so. Mama, du weißt, was das ist. Nee. Ein Anhängertippich. Ein Ohrring? Ohrring oder Anhänger? Anhänger, aber in welcher Farbe? Gelb. Nö. Rosa. Nö. Weiß. Nö. Blau. Grün. Schwarz? Nö. Flummifarben? Nö. Zeig. Blau, ne? Oder lila? Ganz dunkles Blau? Kobaltblau? Kobaltblau? Kobaltblau. Am letzten Tag zeigen wir euch Armband und Kette nochmal. Was streichst du denn hier rum, Flummi? Mhm. Das hier ist es. Mhm. Ich zeig euch das mal. Für die Mamas vielleicht, die das interessiert. Mir sagt das jetzt gar nichts. Wenn Oma noch weiß, die guckt ja auch unsere Videos, wo sie den her hat, darf sie mir das gerne mal schreiben. Und dann kann ich euch das in die Infobox schreiben. Oh, da waren bestimmt zwei Sachen kurz. Was hast du denn gekriegt? So eins? Wieso zwei? Ist einer runtergerutscht? Nee. Wo kommt der her? Aus dem... Aus dem zwei? Ein! Einmal ein Dreck. Ja. Jetzt haben wir es fast geschafft, ne? Mit den Kalendern. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Und morgen gibt's wieder ein neues Kalendertürchen. Yay! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Außerdem ist immer Papier richtig schwer zu schneiden. Du kannst noch mal einfach aufreißen. ISIS nichtWorld. Ja, hierاض jeden Pasen runter. Los zwei. Klar, 2,0 DM. Ich unsere Halle, 1,3व valt結 Free, 10,5 CC schon zu holen. Die Zofräus 간ian sind! Was ist seit einem Urhaus?